willkommen bei mir beim clan true warriors ich bin mit meinem rathaus 6 hier einfach mal zu den true warriors reingekommen aber ich bin trotzdem noch bei der sofa crew also das ist mein stammklan hier mit diesem char hier ich habe den auch als lesezeichen das ist der stammklan vom chefkoch wir suchen auch aktuell glaube ich für ein wochenend ck noch ein paar leute denn wir wollen großen 50er ck spielen aber um was geht es heute eigentlich ja hex hex ihr habt es im thumbnail gesehen wir wollen das hexen event spielen und gestern habe ich ja noch gedacht auch torsen hat langeweile alles klar 20 angriffe mit jedem char da wisst ihr was ich vor mir habe und wir wollen heute einfach mal mit dem chefkoch hier starten also stimme dich mit der knochen kombi auf halloween ein wo der hexen und skelett zauber zauber kann ich hier natürlich noch nicht mitnehmen 90 prozent günstiger in deiner armee und ich kann natürlich auch noch keine hexen ausbilden ja wenn ich also auf ausbilden klicke dann werden die mir zwar angeboten aber ich muss meine dunkle kaserne auf level 5 benötigen und dazu muss erst mal rathaus 9 werden aber das macht nichts ich kann diese event hier ab rathaus level 5 spielen denn eine hexe braucht zwölf truppen platz und ich habe ab rathaus level 5 meine kaserne auf 15 platz das heißt also ab rathaus 5 kann man das event spielen lange rede kurzer sinn hier will ich ja gar nicht rein ich will ja hier rein und ihr seht das auch also es ist eigentlich nicht unrealistisch dass ich mit diesem char hier heute einfach mal beginne denn wir machen das auch mit 89 und mit rathaus 10 gar keine frage aber ich muss mit diesem hier auch extrem fahren hier denn mir fehlt jetzt schon ein bisschen das gold für die nächsten sachen die ich noch updaten muss und da liegt natürlich nahe das war hier so ein bisschen mit ihm hier fahren möchte jetzt natürlich relativ schnellen gegner finden das nervt mich schon wieder dass ich selbst mit dem hier so eine lange gegner suche ab und deswegen nehmen wir den auch mal mit hier ich habe jetzt ein bisschen ich habe jetzt kurz mal vorgespult aber wir nehmen den hier mal mit er zwar zwei luftabwehren hier ich habe so eine ja so eine truppen kombi hier am start die ich auch ganz gerne hier im ck benutze aber ich sehe gerade ich habe ein bisschen wenig riesen naja ist nicht so schlimm wir gucken ob der was in der klanburg hat erwartungsgemäß hat er dort nichts drin und wir haben was haben wir noch mal in der klaren wir haben eine hexe hier drin ok dann gehen wir mal denke ich mal von der seite hier in das dorf rein mit zwei heilern und wir ziehen mal so schön ausgelöst gleich die riesen bombe hier von den von den magiern so mal sehen noch ein brecher damit rein ein mauerbrecher sind es natürlich und dann ziehen wir jetzt mal unsere klanburg truppen war das ist echt cool also wir machen immer so ein richtiges massenfest hier ich habe jetzt zwar noch vier loons aber ich denke mal die droppe ich jetzt einfach mal hier und mal sehen ob ich die art die christin nicht mal durchgeheilt die uns das auch der hammer dann nehmen wir mal hier den zweiten heil also mit der armee hier ja da kann ich zwar ganz gut im ck mit angreifen also auch mit den riesen aber im moment ich hatte glaube ich vier riesen zu wenig deswegen hatte ich hier die loons noch in dieser armee das war jetzt ein bisschen schade aber ich glaube wir schaffen diese base trotzdem hier und wir wollen ja eigentlich nur das gold ihr seht es das elex bei mir wird nicht mehr benötigt denn ich habe alle forschung durch mit dem rathaus hier habe alle kasernen fertig und auch alle gold lager das heißt ich muss mit dem elex elex jetzt erstmal nichts mehr bauen und deswegen brauchen wir hier gold das coole ist wenn der angriff hier gleich vorbei ist ich lasse den auch durchlaufen denn auch die pokale kann ich ja mal ganz nett gebrauchen dann kann ich die armee gleich wieder gleich wieder sofort wieder verwenden denn die hat ja noch keine wartezeit hier was helden angeht denn ich habe ja noch kein also können wir hier sofort wieder diese truppe bauen in der schnellausbildung mache ich das mal eben und fordere auch sofort wieder truppen an die gebe ich mir mal eben selber das ist wie auch der vorteil deswegen bin ich auch hier beim clan zu war es denn ich wollte jetzt nicht lange warten dass ich die folge hier machen kann auch mit dem rathaus 6er hier also den ersten punkt haben wir hier drin und ich meine 200 juwelen das ist natürlich auch ist auch sehr sehr krass und auch die 600 ep sind natürlich nett warum sind die net erkläre ich euch einfach mal denn im shop ab einem gewissen level kann man sich hier dekorationen dazu kaufen und ich glaube man muss hier hinten wenn ich jetzt mal ganz nach hinten scrolle da erfahrungslevel 75 ist dafür erforderlich ja und die mehr ep mache ich mache desto schneller werde ich auch erfahrungs level 75 und kam mir die statu von pecker hier gönnen aber wollen wir gar nicht machen wir wollen hier noch mal angreifen und ich hoffe jetzt muss ich diesmal nicht vorspulen oder so lange warten ja denn wir haben ja noch 8 9 und 10 vor uns also kann sich so eine folge natürlich auch mal hinziehen ja die ist cool die nehmen wir hier denn ich glaube hier holen wir am ehesten mit unseren truppen so ein bisschen was dann habe ich wenigstens mal jetzt jetzt habe ich auch dabei ihr seht das jetzt habe ich auch acht mauer heim ist hier dabei und ich denke mal wir nehmen die base von von der seite hier so die heiler dahinter und ein paar maria dann sind natürlich meine mauer jetzt schon durch dann sollte die mauer auch noch aufmachen das ist das ist jetzt nicht so schlimm und wir schicken die klan buch hier mit rein so war das sind ja zwei max max out magier natürlich jetzt mit drin dadurch dass wir hier zwei klaren level vorkriegen und ich heile hier einfach mal durch denn die heilung von den heilern die geht jetzt auch schon auch schon so ein bisschen woanders drauf und ich muss immer so ein bisschen aufpassen gerade mit meinem bogenschützen auf die auf die minenwerfer hier so jetzt gehen alle noch mal einen kleinen schritt nach vorne auch glück gehabt oder habe ich glück gehabt glaube ich da habe ich glück gehabt also schicke ich hier noch mal stück für stück rein aber so eine base ist natürlich cool gerade für die hexe und ich gehe mal ein bisschen näher rein jawohl so sieht das gut aus und ich hoffe den schaffen wir auch wieder auf drei sterne ja ich denke mal das wird in jedem fall was er ist ja auch rathaus 6 gewesen glaube ich und aber längst nicht so stark wie meine base also haben wir hier schon mal mit rathaus 6 das event ja zweimal gespielt also nur noch 18 angriffe hier trotzdem für mich relativ viele wisst dass durch die mehr accountigkeit möchte ich natürlich auch ganz gerne vor allen dingen mit diesem account hier alles mitnehmen denn die 200 juwelen die bringen mich noch näher an den fünften bauarbeiter ihr seht das hier durch abbauen von büsche und bäumen etc habe ich jetzt schon 718 juwelen wieder auf diesem konto hier das ist auch richtig richtig nice und ich freue mich auch wenn es hier mal dann bei 2000 steht und nicht den fünften bob habe aber jetzt springen wir erstmal auf das rathaus 8 hier also jetzt auf meinem rathaus level 8 account auf dem schief und der schief kann ja auch die hexen selber noch nicht bauen also der unterschied übrigens von rathaus 6 oder 7 ist keiner denn bei rathaus 7 geht das geht die clan burg geht an der stelle nicht hoch das heißt sie geht erst bei rathaus level 8 hoch und dementsprechend kannst du zwei hexen mitnehmen er zwei hexen hier in der clan burg und ein bogenschützen das ist auch eine nette kombi hier für rathaus level 8 auch für ein ck und ich habe auch so eine kleine ck armee hier ausgebildet denn ihr wisst der barfuß hier wartet auch nur darauf dass der chefkoch endlich acht wird und der barfuß auch mal neun wird was dann dann noch so dazwischen liegt das sei mal in den stern aber wir suchen hier auch mal eben ein gegner ich brauche ein bisschen dunkles hier ich habe nämlich ganz schön viel verloren bzw ich habe ganz schön viel oder ich habe ganz schön damit rumgearscht und der ist eigentlich cool 1336 denn ja okay das ist das zu wenig das zu wenig damit noch ein bisschen mehr machen denn sonst schön max r8 oder so den hätte ich jetzt schon ganz gerne damit sich das ganze auch lohnt so um die 2000 dunkles darf er denn auch haben dass ich es auch richtig lohnt aber hier die sind alle ein bisschen klein ok was meint ihr komme ich mit meiner truppe bis zum rathaus und nehme das dunkle hier mit da bin ich ja mal gespannt da oben wissen ist ein inferno im ausbau aber hier vorne habe ich echt nur ja es ist eigentlich tatsächlich nur rathaus 8 gedürzt oder rathaus 9 und 9 geht ja jetzt muss ich aber wirklich wirklich taktisch vorgehen denn das wird jetzt ein ganz harter brocken hier vor allen dingen wenn der clanburg hat dann sieht das nämlich für mich immer schon schon mal ganz ganz schlecht aus und so da muss ich jetzt auch ein bisschen fixer klicken denn meine ich mache das ganze hier im moment an der maus und da geht es natürlich da kann ich die truppen nur punktual setzen sowie jetzt auch den zauber jetzt rennen die da alle raus habe ich mir gedacht aber ja wir kriegen das rathaus das ist cool wir müssen ja auch gewinnen ja denn wir müssen gewinnen hier und gucken mal dass wir jetzt oder guck mal wie schnell so ein 10er king hier in so einem dorf untergeht ja ich denke mal ja mal sehen vielleicht da ist ja noch ein magier mal sehen ob der sich nicht noch den den heilig jetzt mal schon mal vorweg da kommt macht die mauer da und macht wenigstens ein schuss hier auf das lager das wäre wirklich super aber der hatte richtig schon zu tun mit der mauer und der x-bogen ist aber noch abgelenkt von den golems und der hexe da kommt was braucht er lange bis der dadurch ist nein der muss sich heilen ja der heil war total unnötig geworfen ich weiß also der geht trotzdem jetzt mit den skeletten hier richtig krasse in die base rein jawohl wir kriegen das dunkle auf jeden fall ja kriegen was komplett dafür müssen wir die clanburg noch kriegen aber ich denke wir haben kurzfristig mal unserem pot wieder ein bisschen größer gemacht 47 prozent ja gar nicht mal schlecht fast 50 und ha ha für die 8 das ist cool wenn du es brauchst ist wirklich göttlich also cool gemacht hier und ich baue die truppe natürlich jetzt auch aktuell wieder nach mache das auch in der schnell ausbildung ich habe leider den gift nicht verbraucht und dann sehen wir uns auf dem erh 9 sofort wieder das erh 9 bespielen wir heute mal mit avatar seht das ja endlich der king auf 29 und nur noch ein king level legen wir die platte erst mal dahin wo sie auch hingehört und dann schauen wir mal wie lange läuft das rathaus hier ok 12 tage ich könnte es eigentlich schon an starten denn der soll hier ja wenn der torsten auf elf geht auf zehn gehen aber auch hier spielen was event ich erkläre euch kurz den unterschied zu den anderen rathausstufen falls jemand dabei ist er noch nie flash of clans gespielt hat also hier gehen jetzt 30 truppen rein also auch nur zwei hexen mit so ein bisschen beiwerk aber als rathaus neuner kann ich mir natürlich selber hexen bauen denn ich habe sie oder sie werden ab rathaus level 9 freigeschaltet und ich habe sie auch einmal gelevelt sie gehen maximal sowieso nur auf level 3 das heißt bei rathaus level 11 gehen hier offen level 3 kann sie ja selber machen und ja hab hier eigentlich sondern ihr habt das gerade gesehen hier sondern ja so eine mischmasch armee mit mit der kann ich sowohl queen walk als auch ja riesen heiler angreifen muss ich mal gucken wie wir hier jetzt auch hier ein gegner finden so den nehmen wir jetzt mal mit endlich habe ich eingefunden ihr habt das selber gesehen das dauert hier auch ganz schön denn der ist ganz schick hier für uns ich würde sagen wir machen kein queen walk sondern wir machen aber wir machen das einfach mit den riesen hier kommen wir machen das mit den riesen und den heilern an der stelle die gehen jetzt gleich auf die auf die luftabwehr das ist natürlich unschön aber es ist egal so dann ziehen wir hier zehn mauerbrecher wieder toto alles klar alles klar man 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 so sprung haben wir hier genau rein auch was kommt denn da alles raus was kommt denn hier alles raus donnerwetter da kommt einiges raus okay aber ich habe noch etwas im petto nämlich meine klanburg die ist dann an der stelle auch nicht so schlecht und ich habe noch ein paar hexen am start hier also sieht ganz gut aus ich denke mal das kriegen wir in jedem fall hier haben wir noch mal den wut rein jetzt und jetzt kommen mal von hier kommt jetzt mal meine klanburg so die schicke ich jetzt mal über die ecke hier auf die reise und werde die allerdings hier jetzt einmal heilen ich habe ja nur ein halt um mensch gehen die in den hall zauber rein jetzt gehen sie doch in den hall zauber rein okay der war natürlich jetzt ein bisschen so halb fail denn da war der flächenschaden ich habe gedacht die gehen wenigstens auf die auf die magier türme da gehen sie da nicht hin naja gut dann holen sie mir noch ein bisschen was raus hier aber mal gucken da ist natürlich jetzt die gegnerische klinik muss dann eigentlich meine klinik die ist da oben und die werden wir jetzt auch zünden müssen also zumindest haben wir hier den unser soll erfüllt 51 prozent dann sind wir die hier mal und brechen einfach ab ich brauche hier oben nichts mehr außer das dunkle für mein könig also zweieinhalb ist in ordnung und den bonus da kann mit leben und die armee hier auch den bonus haben auch noch mitgenommen die trainer einfach mal nach also wie gesagt hier können wir zwei stück mitnehmen tg ja ich weiß gar nicht was es heißt ihr seht in welchem clan ich hier bin mit dem avatar ich spiele mal ein paar zk mit und bringe hier sicherlich mein king auf 30 bevor ich aber jetzt final in mein er hat 10 switche so jetzt kommt die richtige herausforderung hier willkommen torsten 1966 hallo ich bin mal wieder da und wir haben hier natürlich auch schon unsere clan buch voll mit bolan ok wieviel hexen brauchen wir dann eigentlich hier sieht dass ich habe noch nicht einen einzigen angriff damit gemacht also hier muss ich auch vier stück usen und wir stürzen uns auch sofort ins getummel ich weiß dass meine armee irgendwie fertig ist irgendwas habe ich ja immer am start und guck mal wie lange die lupe jetzt hier läuft ja rachen wird belohnt rachen wird belohnt nämlich mit einem sieg von mir er hat zwar jetzt nicht so super viele ressourcen aber wir wollen ja auch nur das event hier gewinnen also geben wir hier mal wo wir gucken wie wir das am einfachsten machen ich glaube wir gehen hier hier machen wir wie man queen vorweg denn wir haben ja nicht zu befürchten hier kein kein adler kein inferno also nur so ein bisschen truppen auf rathaus level 9 niveau hier und mal sehen ob wir hier nicht gleich schon mal die clan buch irgendwie gelockt bekommen ich glaube mal nicht wir müssen das mal ein bisschen abwarten wo die queen jetzt hingeht aber ich denke mal die wird okay die geht jetzt nach da jetzt kriegt es schon ein bisschen mehr geschossen da müssen wir mal eben die heile einmal ein bisschen in wut versetzen ok worden hat er und dann testen wir hier einfach mal ein bisschen was an ok so jetzt natürlich ein bisschen fahne und irgendwie das ist mir aber auch schon wieder unheimlich hier das ist mir schon wieder unheimlich schon wieder zehn mauerbrecher hier man 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 aber ich glaube ich habe jetzt gleich alle truppen hier drin so nur noch die vier hexen und dann kann das hier losgehen und der hat auch ein bisschen klaren boge auch hier so ein bisschen hat er wenn auch nicht super viel aber ich denke mal wir können hier vielleicht noch mal über springen ich habe noch drei magier dabei die nehmen wir hier auch mal mit ins getümmel und wo tut es uns am meisten im moment w war das sieht noch ganz gut aus das sieht alles noch ganz gut aus alles schön in heilung hier und okay da sieht das nicht so gut aus dass ich das nicht so gut aus dann müssen wir jetzt einmal kurz ein bisschen unseren könig in rage bringen dass der hier die klanburg macht und das sieht eigentlich ganz gut aus ja gewonnen haben wir sowieso schon das natürlich schon mal nett noch ein boge gesetzt den immer mal damit rein und jetzt könnten die heile eigentlich mal auf mein king umschwenken haben sie auch schon aber die schaffen das nicht den richtig hoch zu halten weil der natürlich im moment die gesamte power hier bekommt und ob ich das jetzt noch schaffe das weiß ich nicht aber ich zünde auf jeden fall meine meine queen rechtzeitig ja ich habe sie nicht vergessen leute das auch super und die macht jetzt auch noch den tesla ja wohl aber da ist auch für die geschichte bei 79 prozent alles cool ich wollte nur gewinnen nur fürs event und ressourcen aber trotzdem noch mit dazu geholt alles in ordnung hier auch beim rh10 also was haben wir aber heute eigentlich gelernt dass zwar der rh10 hier 35 truppen aufnehmen kann es reicht aber trotzdem nicht für drei hexen ja drei hexen 36 platz passt nicht also auch der r10 und auch der r11 können nur zwei hexen mit in der klanburg mitnehmen können dafür natürlich noch etwas mehr an anderen truppen dann mitnehmen aber das ist jetzt nicht so schlimm ich habe jetzt mal eine etwas andere armee hier gebaut sich gerade wo diesmal richtig anders okay ich nehme lieber wieder diese aber mal sehen wie ich mich damit schlage ich hoffe die folge hat euch trotzdem gut gefallen hier auch von den rathausstufen 6 8 9 und 10 dieses hexen event hier mit mir zu spielen und ich weiß gar nicht wir haben jetzt mittwoch ihr seht die folge am mittwochmittag mal sehen auf uns mittwoch abend dann sehen zu meinem kleinen mini zwischen mit stream event mal schauen ich muss mal in die kommentare gucken was ich mir alles unterlassen habe und ich würde sagen bis dahin euer toto clasht